Den Roman muss ich mir gleich mal durchlesen. Ich bin ein Schrammier-Roman. Box natürlich volle Pole. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube meine ACQ-Maschine mit 249 oder sowas an. 249, dann irgendwas mit 5, ne Doppel-3 kam auch noch drin vor und mehr weiß ich nicht mehr. Wann haben wir denn eben hier den Akku verloren? Was ist denn halt irgendein olden Fisch oder so? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, das ging ganz gut bis hier. Nein! Warum sprichst du denn nicht hoch genug? Auch nicht schlecht. Ich glaube so schnell bin ich bisher noch nie gestorben. Okay. Oh. Was ist die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das hätte auch wieder in die Hose gehen können. Aber nicht klein, groß. Das passiert mir sehr gut. Was ist das denn? Wer hat das denn programmiert? Das ist doch klar, dass man da stirbt. Was ist denn da ein Akku? Dass man, wenn man dann so ein bisschen hoch springt, das ist doch total bescheuert. Wer hat sich das ausgedacht? Ich kann euch gerade im Chat sowieso nicht folgen. Ich konzentriere mich mal hier auf zu gehen. Oh, da hat er ein Akku. Oh, da hat er ein Akku. Oh, da hat er ein Akku. Jetzt habe ich die drei Sekunden liegen lassen auf der Straße. Jetzt werden sie was machen. Ich bin so oft vom... Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt fehlen mir drei Sekunden. Aber ich habe... Okay. Gibt es noch Studi-VZ? Kennt jemand von euch WKW? Oder kannte von euch WKW, muss man eher sagen. Also wer kennt wen? Das wird lustig. Das sage ich euch. Welche Uhr haben wir überhaupt? 1907? Oh, das ist aber schon... Dann machen wir das hier noch. Das hier machen wir noch. Ach, kacke, ey. Also wir versuchen das hier noch hinzukriegen. Und dann hauen wir mal ein bisschen Tony Hoff rein. Und dann hauen wir mal noch ein bisschen Zerrum rein, ne? Ach, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich drücke Quadrat und was machst du? Du machst einen Scheißdreck, machst du. Wobei, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob wir Tony Hawk machen sollen. Ich kann ja mal ne Umstimmung, ne Abstimmung kann ich ja mal machen, ob wir Tony Hawk... Wie kann ich die Gekko? Äh, ob ich Tony Hawk spielen soll oder nicht. Oder ob wir einfach mit Zerrum anfangen sollen. Das wird auch, schätze ich mal, nicht so laggen. Falls es noch lag, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ab und an lag ist es noch okay. Kann man, wie kann man denn hier ne Umfrage machen? Wie geht das hier so? Kann man hier irgendwie ne Umfrage machen? Hallo? Kann man das hier irgendwie... Ne, melden will ich mich nicht. Geht doch bestimmt in dem komischen Ding da. Ach, keine Ahnung. Mach mal gleich, wenn wir das Level durch haben. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen. Ob wir das machen sollen oder nicht. Ob wir Tony Hawk spielen oder ob wir einfach Loom spielen sollen. Dass wir dann halt Tony Hawk ausfallen lassen. Aber das ist halt euch überlassen, ne? So. Der erste vertikale Part. Toll. Toll. Was ist das für ein Scheiß? O, was ist das für ein Scheiß? Der тоже. Geh! Gottes Willen! Ja, das wär ganz nice, die drei Sekunden. Die sind auch ganz nice, die drei Sekunden. Die sind auch ganz nice, die drei Sekunden. Okay, da ist das Ende. Ich hasse das Spiel momentan ein bisschen. Und falls du noch hinter Hilfe brauchst wegen der Einstellung. Jetzt kann ich dir gerne helfen. Ich bin überhaupt mal froh, dass das heute überhaupt läuft. Weil das hat hier alles heute nicht so ganz funktioniert. Aber Dankeschön. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Wenn man sich nochmal sieht. Okay. 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 Ich hab Quadrat gedrückt, du scheiß Wurrensohn. Ich hasse. Ich hasse gerade Crash. Muss ich echt sagen. Ich hab Kasten gedrückt. Ich hab Kasten gedrückt. Ich hab Kasten gedrückt. Ich hab Kasten gedrückt. Das ist ja niemals hin. Ich hab Kasten gedrückt. Ich hab Kasten gedrückt. Das hat jetzt sehr viel Zeit gekostet. So, wer hat die Kalos? Der kennt die nicht. Naja, wenn das Gold wird, wäre es zwar schön, aber ich glaube es nicht mehr. Oh, die Dinger sind so lahm. Verzieh dich. Das war so ein fucking Glück. So, jetzt kann ich das auf jeden Fall wichtig nicht wegdrehen, sondern drauf springen. Bei dir ist es okay. Aber bei jedem hier. Dankeschön. Ich muss das nicht nochmal machen. Mr. Turtle geht es ganz gut momentan. Der hat einen neuen Futterplan bekommen. Mit schönen Tintenfisch und ich weiß gar nicht, wie die anderen Fische da heißen. So. Ähm. Ich hoffe, euch hat diese Aufnahme gefallen. Ich hoffe, ihr im Stream hattet auch Spaß bei Crash Bandicoot. und, äh, ja. Hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Stream oder bei meinen nächsten Aufnahmen, die ich raushaue, dann wieder. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.